Trockene, spröde Lippen und das trotz ständiger Pflege. Für viele ist genau das schon eine Sucht. Doch Mediziner geben Entwarnung. Denn hinter dem ständigen Griff zu Labello und Co. steckt meist eine Unverträglichkeit. Es ist eher so, dass manchmal in Lippenstiften oder überhaupt in Lippenpflegesubstanzen etwas drinnen ist, was bei dem betroffenen Patienten dann zu einer Art Allergie, zu einer Unverträglichkeit führt. Es fängt an, trocken zu werden, es juckt ein bisschen, es brennt und so hat man das Gefühl, jetzt muss ich noch mehr verwenden. Aber da ist ja genau der Auslöser davon, wird es dann letzten Endes schlechter, es beißt sich so quasi die Katze in den Schwanz. Auch wenn draufsteht, Hautverträglichkeit getestet, kann man allergisch auf das Produkt reagieren. Es gibt manches, was heißt medizinisch getestet, das heißt aber nicht, dass man nicht trotzdem auf alles, was man verwendet, eine Kontaktallergie kriegt. Das Problem also nicht die Qualität, sondern die Bestandteile. Es sind ja auch nicht nur rückfettende Substanzen in der Lippenpflege drin, sondern auch Sonnenschutzfaktoren beispielsweise, was sehr wichtig ist, weil ja gerade die Unterlippe sehr stark der Sonne ausgesetzt ist, das heißt, die Stoffe, die drinnen sind, sind gut, aber es kann halt sein, dass jemand das dann nicht verträgt. Dann muss man was anderes suchen. Für Betroffene heißt es dann austesten. Tut man das nicht und bleibt bei der gleichen Lippenpflege, wird die empfindliche Schleimhaut am Mund immer trockener. Austrocknung bedeutet dann immer Schuppung. Schuppende Haut ist poröser, das heißt, sie ist viel störanfälliger gegenüber äußeren Reizen und dann kommt mehr und mehr Entzündung dazu und schließlich ist es ein Eczem und dann ist es rot, es juckt und es ist nicht mehr auszuhalten. Das heißt, was kann ich tun? Erstens schauen, dass die Lippen nicht trocken sind und wenn sie trocken sind, brauche ich fette Grundlagen. Lippenpflege auf Öl- oder Fettbasis wie etwa Vaseline pflegt sogar bei Minusgraden. Wer mit solchen Fetten, also die Lippen pflegt oder mit Produkten, die diese Inhaltsstoffe haben, der wird also wahrscheinlich im Winter kein Problem haben. Lippenpflegestifte auf Wasserbasis sollte man daher eher im Sommer verwenden. Stiftung Warentest hat übrigens 35 Lippenpflegestifte getestet. Das Fazit, in der Hälfte der Produkte fanden sich bedenkliche Stoffe. Es lohnt sich also doppelt auf die Inhaltsstoffe zu achten. Denn immerhin rund 20 Gramm Labello, Lippenstift und Co. verspeisen wir jährlich allein durch das Eincremen.